hallo meine lieben ich zeige euch heute noch mal meine süßen katzenbabys heute zum letzten mal weil diese kleine maus hier wie geht morgen weg wie ihr seht sind wir auch draußen also sind mittlerweile alt genug das mutterhaus zu verlassen ja So sieht übrigens meine große Mutti. Also meine zweite Katze. Jetzt haben sie sich alle versteckt. Wir sind jetzt im Sandhaufen hier. Ich wollte mal gucken, wie die... Wie gesagt, sie mag meine Kleine immer noch nicht. Mautzi. Zeig dich mal in die Kamera. Nee, sie füllt glaube ich nicht. Mautzi. Also das Kleine läuft zurück. Ich bin gleich wieder da. Also sie mag wohl nicht so recht. Mautzi. 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 Sie hat noch Angst. Sie sind ja seit ein paar Tagen, sind sie erst draußen. Mautzi. So ein paar Minuten jeden Tag. Mautzi. 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 Oops. Mautzi. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.